Der Reichsführer SS ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Die Blüten sind so echt, dass die Pläne geändert wurden. Es wäre zu schade, die jetzt einfach so über England abzuwerfen. Nein, das Deutsche Reich wird damit zukünftig seine Devisengeschäfte durchführen. Und das wiederum war für mich ein Grund, euch eine kleine Freude zu machen. Als Ansporn sozusagen. Tja, ich dachte so nach Feierabend oder am Wochenende?